So, wir sind jetzt hier beim zweiten Aussteller, der Firma SNM Rehberg. Bei mir steht der Herr Staffel. Herzlich willkommen in München auf der Hausmesse bei Foto-Vide-Sauter, Herr Staffel. Schön, dass Sie da sind. Erzähl uns doch ein bisschen was über Ihre Produkte und vielleicht auch über die Firma SNM Rehberg. Ja, die Firma SNM Rehberg produziert Taschen unter anderem, Folien, Display-Schutzfolien und im Prinzip alles um die Kamera rum, also sehr, sehr viel Zubehör. Objektivdeckel, etc. Was ich heute hier mit dabei habe, sind folgende Produkte. Das sind die Taschen, wie zum Beispiel, das ist eine Goldtasche, Protektor heißt die, passend für DSLR-Kameras mit angesetztem Objektiv 18-55. Hier befindet sich noch ein Köcher drin in der Tasche. Da passt zum Beispiel das Objektiv mit rein. Dann haben wir auch Ledertaschen, die eben passend für Systemkameras sind. Das sind echte Ledertaschen. Nicht nur kleine Taschen, sondern auch für Spielreflexkameras. Sehr schön. Ein weiteres Produkt, was wir führen, ist Diki Kaffer. Das sind Display-Schutzfolien für Kameras, die wir exakt passgenau herstellen. Wie hier zum Beispiel für Nikon D800 oder für die Canon EOS M. Und diese Folien, wie gesagt, die gibt es für alle Systemkameras. Für alle Spielreflexkameras. Für alle gängigen Kameras. Für alle Kameras, die Display haben. Das sehe ich, Sie haben ja auch von der Firma Carryspeed, wo Sie die Distribution in Deutschland übernehmen, haben Sie auch was dabei. Vielleicht wollen Sie uns da auch was kurz zu zeigen und was dazu sagen. Ja, Carryspeed sind professionelle Gurte für Spiegelreflexkamerasysteme, auch Systemkameras, die unter anderem auch eine Platin-Auszeichnung bekommen haben, die Carryspeed-Gurte. Das Besondere an diesen Gurten ist, dass man dieses System, also das AK-Swiss-System, das ist eine Platte, die wird direkt an der Spiegelreflexkamera unten am Boden befestigt und kann somit auf das Stativ, direkt mit der Kamera. Wunderbar. Die Gurte gibt es einmal auch speziell für Frauen oder halt speziell für den Mann und auch für den Outdoor-Bereich. Das sind dann halt eben Gurte, die sehr, sehr robust sind. Und bei den Frauen haben wir dann noch eine spezielle S-Form hier. Das ist eine spezielle S-Form. Damit sie sich im Brustbereich besser tragen lässt. Genau. Okay. Exakt. Wunderbar. Dann sage ich erst mal vielen Dank. Auch bei Ihnen wird es ja dieses Jahr wieder die 10% geben, die 10%-Messeaktion. Das heißt, wer sich in dem Bereich sowieso etwas anschaffen möchte, ist bei Ihnen gut aufgehoben. Und herzlich willkommen. Ja, dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Ja, ist ungewohnt.